Was geht ab? Es geht ab. Ich fühl. Todes Wetter. Was geht aus, Mann? Das muss ich nicht machen. Mein Gott. Hallo. Wir haben leider nicht reserviert. Wir haben leider nicht reserviert. Das sind ja so viele. Alles klar. Heute, was geht ab? Bisschen chillen mit den Jungs Teil 2. Sacklich essen erstmal. Schauen wir mal was geht. Alle wieder am Start. Okay. All you can drink gibt es hier sogar. Wir haben extra davon nichts getrunken. So macht man das. Alles wegen Dimi. Wir hatten eigentlich woanders reserviert. Also wir müssen unbedingt vier essen. Die ganze Gruppe nach ihm gerichtet. Den zwei weg vom Herd. Das ist am weichten Tisch eigentlich auch. Und natürlich alle hatten wir, oder? Ja. Oh mein Gott, Dimi. Oh mein Gott. Es geht, warte. Es geht ab. Hast du es gefilmt? Was geht ab, Tati? Es geht ab, Hau. Nicht mehr gesehen seit dem... Tati, oder? Wie geht's dir mein Freund, oder? Bist du bereit für Monster Hunter? TVT kommt weg. TVT React. Es geht, Hau. Was geht, Jungs? Wo ist Nico? Der kommt auch weg. Ich hab mich immer toll. Mein neuer Monster hat der Freund gemacht. Jungs, was geht ab? Hast du krass wenig jetzt? John, was geht ab? Was geht mit dir, Mann? Nein. Junge, Mann, was geht ab? Er ist ein Held geworden. Hast du ein Bild bekommen? Der Held ist schon mal. Held? Ein Held ist schon mal. Aber ich wollte das live hören. Erzähl das später. Ich muss jetzt mal das Ding noch schauen. Also schau doch an 20 Leute. Frühstücksfernsehen, ne? Und die ersten 19 irgendwie geschafft. Die ersten 19? Was denn? Ich hab halt den Artikel gelesen. Was denn? Probier man schon mal drittes Dröckchen. Probier man auch was. Probier man auch was. Was willst du? Bitte. Auch ein Arizona. Ich auch, Mann. Wir warten schon eins lange. Echt den Zünd? Ja, Mann. Das ist ein Hammer. Ich bin wieder wohl, Mann. Ja, passt schon. Wie geht's? Nico, was geht ab? Der hätte von Neuperlach, Mann. Nico, wie geht's dir? Oh, der Niko! Was geht ab, man? Was macht eigentlich Nino Schiach? Er ist überall da, wo das Essen liegt. Reste essen. Alle da, jetzt kann es losgehen. Alle da! Die Jungen, die musst du selber holen. Jetzt gehst du los. Warte mal, wir müssen noch quellern. Warte mal, reden wir mal. Es war TBC Realtalk jetzt. TBC Realtalk? Was ist da los? Warum ist der Channel tot? Warum ist der Channel tot? Es gibt eine bestimmte Person, ich will sie nicht nennen. Was? Chong, Mann! Ach so. Chong! Chong ist alles tot. Er wollte sie nicht nennen, Chong! Oh mein Gott, die Finger werden herumgeschoben. Also, ich habe Inside-Informationen, die hinter der Kamera bekommen, die sagen Chong ist tot. Ich wollte es nicht mehr heftig. Oder was? Das gehört ja gar nicht zu. Ja, Mann. Ich geh gar nicht mehr essen. Gib ihm essen. Gib ihm essen. Zwei Teller, Mann. Zwei Teller, Mann. Zwei Teller, Mann. Bist du ein bisschen nachmachen? Hast du eigentlich vier, Mann? Ja, bei dir braucht noch ein bisschen. Ich bin nachmachen, was hat mir gar keinen. Nein, ich hab keinen. Alter, als ich mein Bart, du hab ein Bart gemacht. Der hatte keinen, Mann. Der hat immer noch keinen, Mann. Der hat auch noch einen. Ja, Mann. Chong hat immer noch keinen Bart. Das ist mein Vorbild, hier. Oh, was bist du also? Der hier ist. Das ist mein Vorbild. Du hast gar nichts gemacht. Ich habe einen wirklich krassen Bart. Aber ich muss immer schlupfen. Versteckst du den zuhause? Das ist ein Oktopus zu krassen. Machst du nicht? Oh mein Gott. Am Tisch. Am Tisch. So. Sie haben nicht geklemsen. So habe ich geschlafen. So habe ich geschlafen. Aber wir haben also geschlafen. Dafür haben wir geschlafen. Wie habe ich geschlafen. Aber auch hier zum Schlafen. Den haben wir geschlafen, die wir geschlafen haben. Den haben wir geschlafen. Das ist so eingestellt. Den haben wir geschlafen? Ich hab gesagt, wir haben noch das Modell gemacht. Ich würde da noch seitgestreifen machen. Keine Ahnung wie, der kann nicht so zampfen. Wenn du wegkommst, dann raus, raus. Ich war die Hälfte auf dem Auto. Wir gehen jetzt raus. Ich bin Alex, Mitglied von TBT. Und das ist Jackass. Und auch bitte gleich essen. Das ist so eklig, Alex. Und Alex? Das ist gar nicht so schlecht. Ja, ja. So, start mit den Jungs. Ein altes Segment, was wir auf dem alten Kanal hatten. Tippterex. Woher kommt das jetzt das Video? Es gibt nur noch einen Kanal, der ist tot, man. Da lad ich nichts mehr hoch, man. Ja, Adi, ich zieh schon mal auf die Dumpel. Also, das war spannend, dass das heute passiert. Was denn? Was? Du sagst, es ist was Spannendes passiert heute in Pokémon. Ja, man. Dratini kam heute, oder? Den Scheiß habe ich mir nicht gehört, der war Level 7, man. Ich weiß es. Der weiß es. Die Raids wurden durchgemischt. Ja, man. Neue Raids. Ja, ich habe noch kein Raid heute gemacht deswegen, man. Ich auch nicht, man. Das Einzige, was interessiert, ist eigentlich Geowatt. Was noch ein bisschen passabel ist, ist Amunitas. Oder wie ist das? Amoroso. Amoroso, ja. Für 100%. Mehr nicht. Hast du keinen 100% Amoroso? Nein, hast du eins. Ich habe zwei. So eins? Ich habe zwei. Er cheatet, man. Er cheatet, man. Die abonnieren alle, man. Wasser Event? Ja. Cheater, cheater. Ich habe auch noch keins, oder? Wo warst du beim Wasser Event? Wo ich immer bin, wenn ich arbeite, oder? 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 Ich dachte, jetzt, wo du 40 bist, dann dein Leiden vorbei. Ja, aber ich muss ja noch Erachter 100 da machen, jetzt mal. Mein Gott. Ein paar Filme. Ihr macht keine Solo Rides, oder? Euch reizt sowas nicht? Doch, schon. Echt jetzt? Ich mache viele Solo Rides. Oh mein Gott. Welche hast du schon geschafft? Äh... Moment. Also, ich habe Simsala zum Glück jetzt noch geschafft, bevor er weggegangen ist. Den habe ich noch nicht geschafft. Also, ich habe den. Simsala habe ich... Das ist, glaube ich, das einzige, was ich nicht geschafft habe. Und halt Ding. Wie heißt der? Blitzer. Ja, Blitzer und Flamaga. Die waren eh unmöglich. Ja, genau. Aber sonst eigentlich alle. Ok. Akwana, Makomai habe ich geschafft. Genau. Gengar habe ich geschafft. Ja, Gengar ist sie. Blitzer war ganz knapp. Ein Scheiß war Blitzer knapp, Mann. Ja. Wenn, dann war Flamaga knapp. Blitzer ist nie knapp, Mann. Den kannst du nicht knapp machen. Ja, auf jeden Fall Blitzer drauf. Ja, ja. Schau. Ja, es ist aber echt so, Mann. Deabonniert ihn. Disliken, Mann. Sogar ich mach das. Du bist Level 37, Mann. Oh mein Gott. Du bist Level 37, Mann. Was hast du nicht gerade knapp? Zeig auf mich. Deabonniert ihn alle. Er ist der größte Lügner und Cheater und alles. Oh mein Gott. Der Neid. Alles für die Klicks, Mann. Nur weil er 37 noch ist. Oh mein Gott. Sogar Tati sagt's. Level 4? Was lässt du nicht? Rates meine ich. Nido King, Nido Queen. Oh, das müsste dem eigentlich interessieren. Nido King? Er ist ein Fan von Nido King? Nein, Nido King habe ich schon. Ich wüsste nicht, aber zu zweit. Also das interessiert mich auch. Zu zweit. Ich habe noch keinen guten Partner gefunden. Momentan. Nein, der Senior wäre vielleicht nicht. Momentan ist mein Partner Philipp. Und mit ihm habe ich Desputter letztens nicht geschafft. Spoiler. Das Video muss noch hochkommen. Spoiler. Ja. Äh, wie ist das? Was ist die Schwachstelle von Nido King und Nido Queen? Er ist Boden. Er ist Boden. Gibt Boden so dir. Gibt Boden, ja. Wasser. Wasser. Ja, wohl Nona ist jetzt auch einer. Ja, Level 3. Gibt auch noch. Ja, aber ich mach den. Ich mach den Solo. Also, es ist er 10, ja. Was ist er 10, auch Level 3? Nein, Level 4. Oh mein Gott, Mann. Ja, Pokégon ist jetzt Level 3. Ja, aber das ist ja auch interessant, ja. Als Solo. Sechs Macho-Meister habe ich. Ich auch. Ich hab sogar eigentlich zwölf Mikro-Meister. Ich hab sechs mit rüber. Sechs Max mit Puscht. Stellt euch auch. Ich hab nur vier, Mann. Echt schlecht, Mann. Echt schlecht. Also schaut mal. Okay, schön und gut. Er ist Level 40, bin Level 37. Aber dafür, dass ich nur 37 bin, bin ich eigentlich dreimal so krass wie Tati. Oh mein Gott. Es ist so. Es kann gar nicht sein, weil er kann ja nicht mal alle seine Pokémon max pushen wie ich, oder? Noch 200.000 EP und dann kann ich sie max pushen. Oh mein Gott, echt jetzt? Ja, und dann bin ich dreimal so krass. Oh mein Gott. Das Livestream. Nee, ich kann ja nicht, weil nach dem neuen Update kann man es ja auf nochmal ein halbes Level hoch pushen. Ja, das stimmt, ja. Aber wenn ich 38 bin, kann ich ja 100 Level drüber, also kann ich es immer noch max pushen. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Ich bin mir auch gerade nicht sicher. Doch. Man kann immer 1,5 Level über seinem jetzigen Level pushen. Bei 38 ist das 39,5. Wir werden sehen. Ich weiß es. Schauen wir mal. Das heißt, alle die ich jetzt max gepusht habe, könnte ich noch einmal pushen, oder? Einmal. Das heißt, alle die max gepusht sind und ich dachte, die kann ich nicht überpushen, könnte ich jetzt nochmal überpushen. Was ich überpusht habe? Nicht alles. Nein. Sehr wenig. Nur Experimente. Experimente für dich. Es ist ein Cheater. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Es ist ein Cheater. Also, Raids haben sich geändert. Ja, Mann. Was gibt es auch? Ich kenne die Liste gar nicht. Also, ich verstehe nicht, warum ich die Ding getan habe. Ne, ich kriege Kokuna. Safcon, ja. Ja, Mann. Unnötig. Die Gen-1-Statte. Das zecke ich hier auch nicht. Da wäre vielleicht Ding besser. Da wäre vielleicht Ding besser. Ich kriege Kokuna, aber... Divo. Für mehr Bonbons. Safcon haben die jetzt als Raid gemacht. Ja, aber für mehr Bonbons. Safcon. Warte, ich habe die Liste hier. Ich schau mal kurz rein. Dann gibt es noch... Oh, der Nido King und Nido Queen, Mann. Nido King ist jetzt ein Raid Boss. Oh mein Gott, Mann. Ja, Mann. Die wissen, was Gute ist. Ja, Dimmi kommt zurück. Dimmi ist echt schlecht. Dimmi bin ich fünfmal, zehnmal besser. Quapo. Quapo und Sichler noch. Sichler Level 3 und Quapo Level 4. Quapo... Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wahrscheinlich wollte ich gleich mal... Hey, Hong, hast du eigentlich einen YouTuber schon? Ja, Kagawa. 100%. Oh mein Gott. Fühl mal kurz an. Also... Ja, 100% nicht. Ich weiß, es gibt einen Frag, die sich alle Fans gestellt haben. Wann kommt TBT Come Back? Es ist genau jetzt. Alter, was sagst du? Das ist ein falscher Channel. Was ich aber geil finde, ist, dass die Starter, die ersten Genauer der Starter wieder drin sind. TBT Come Back. Wieso findest du das geil? Ja, für die... Wir hatten letztes Mal die zweite Gen-Starter und das haben sie die erste Gen-Starter wahrscheinlich auch wieder für jüngere Leute oder für Neukömmlinge, keine Ahnung, damit sie ihre Bonbons kriegen. Weil davor war Gurak, dieser Floor und Ding und die hast du alleine nicht geschafft. Weißt du was? Und auf die hatte ich gar keinen Bock. Und jetzt kannst du das als Level 1er halt machen. Tati, der fürsorgliche Vater, denk dir mal an die Jungen. So muss sein, Alter. Oh mein Gott. Und Chance auf Hunderter natürlich auch. Also jemand, der es braucht, diese drei Rates zu machen, der jetzt gar nicht verdient, überhaupt ein Rates zu machen. Oh mein Gott. Richtig Alkogant. Aber was ich... Aber das ist der Mann, der die Ehremedaille bekommen hat, ja? Schaut sie bitte nochmal an. Das ist er. Und das ist der Mann, der hier eine Sojasauce klauen will, Leute. Ich gebe euch einen Tipp fürs Leben. Versucht überall, wo ihr seit dem Floß rauszukommen. Schauen wir mal. Ich versuche jetzt die Woche... Oh mein Gott. Ich wollte noch was sagen. Und zwar sind ja noch ein paar von den alten, die wir jetzt noch dabei haben. Ein paar üblichen Themen, ja. Desputar, Relaxo, Lapras. Glaube ich. Desputar bin ich mir sicher. Ich glaube schon, Lapras so ein Ding, haben sie auch gesagt. Okay. Und dann ist die Frage, ob es jetzt natürlich die Raid-Dinger steigern oder nicht. Ja, weil es ja viel mehr Raids sind. Wie sind es das? Ja, du hast ja die, plus nochmal nochmal... Fünf Sets sind weggegangen, zum Beispiel bei vier. Und dafür sind Luda weggegangen. Dieser Floor. Dieser Floor. Ruhntag und Ding. Gibt's doch was. Ach stimmt, willst du es auch noch weg? Einer mehr, glaube ich, jetzt. Okay. Ja, das ist die Frage. Schauen wir mal. Ich mache Jacke auf Geowatt. Das liegt daran, dass einmal, wo ich zum Kleinstellens gegangen bin, bei Doppelbonbon... Ja, Mann. Genau, Mann. Deswegen braucht er die Geowattbonbonbon. Bitte, bitte. Daran sieht man, wie arrogant Hong eigentlich ist. Was? Ja, richtig abgehoben. Throwback, ja. Ja? Erzähl die Geschichte. Ich sehe, ich war noch ein richtiger Fanboy. Ja. Das war vor zwei Monaten. Ja. Ich schaue so sein Video, das kam von der Früh online. Er sagte, heute gehe ich noch Kleinstellens, bla bla bla. Ich so, Alter, Krass, ich brauche Bonbons. Ich schreibe ihm so an, ey Hong, heute Kleinstellens. Er so, ja, keine Ahnung, weiß nicht. Zweiter Tag, ich spielte, er war schon ohne mich, Mann. Okay, ich erzähl euch die Story jetzt, die Wahrheit. Okay, er hat mich das echt gefragt und ich wollte ihn gehen und ihn rufen, aber an dem Tag ist es nicht zustande gekommen. Warum? Es ist halt nicht zustande gekommen. Warum? Er war mit anderen Freunden. Nein. Es ist an dem Tag nicht zustande gekommen. Ich bin dann am nächsten Tag angekackt. Und da finde ich nicht gut. Aber er hat nur für den Tag gefragt, also. So hässlich, Mann. Ja, ist nicht so. So hässlich. Ich frage nur für den Tag. Am nächsten Tag brauche ich keine Bonbons mehr. Ja? Hey. Ja, kann ja sein. Ja, kann ja sein. Das ist so passiert, ja. Komm, Alter. Auf jeden Fall. Er macht jetzt Geo-Rot-Rates. Richtig abgehoben. Ja. Falls er Leute dafür findet. Es wird in Level 4. Ich bin dabei, Alex. Mein Meister ist dabei. Ich versuche alle Level 4 zu zweit zu machen. Wahrscheinlich mit Philipp. Schauen wir mal, wen ich noch so finde. Und die neuen Level 3 versuche ich jetzt auch alleine. Ja. Bitte kurz. Was du hier alleine schaffen? Ja. Merwin. Schafft er nicht mehr. Er hat doch nicht so viel. Doch nicht so viel. Ja. Erst dann geben und dann. So glaube ich. Aber sie können es mir auch so machen. John, lassen wir die Kamera. Ich habe Beweise für Donnerstag. Für Donnerstag? Für Donnerstag? Ja. Razzia? Ja. Donnerstag? Ja. Das Beweise für Donnerstag. Ja, Mann. Ich bin schon bereit. Oh Gott. Also ich und meine Freunde. Willkommen vorbei, ja? Ciao. Machst du? Ciao. Abonnieren. Donnerstag Livestream von Razzia, Leute. Ich sehe jetzt nicht, wie wir diese Anstände abgeführt haben. Hockey ist online. Ja, okay. Gehen wir. Gehen wir, Alter. Echt, ey? Das war eine Inderin, die ich gerettet habe. Ja. Mal kompariert. Klinger, die war 47. Hatte vier Kinder. Aber er kriegt Essen umsonst jetzt. Und der Typ war 21, gell? Ja, er kriegt angeblich Essen umsonst, oder? Wir sehen uns, Mann. Hoffentlich. Ciao, Nico. Hoffentlich, Mann. Bis zum nächsten Mal, gell? Dings, Freitag FT, gell? Prag. Ja, wir sehen uns in Prag. Freitag 13 Uhr. Ihr wisst, wo wir los waren nach Prag. Freitag 15 Uhr, oder? Ja, Freitag 13 Uhr. Ciao. Das war's. Wir haben die Töne. Fahr mich ein. Wieso nimmt die Nico nicht mit? Ich wisst, Freitag FT, Mann. 13 Uhr, Mann. Wieso nimmst du Dimi nicht mit, Alter? Scheiß auf sie. Oh mein Gott, der beste Abgang, Mann. Beste Abgang. Du bist gewollt. Okay, Mann. Scheiß auf Dimi, Mann. Wir sehen uns. Mein Gott, Dimi, sag halt kein Tschüss. Das ist so, du fährst. Mach rein oben. So, das war's. Bisschen mit den Jungs gechillt. Und auch bisschen über die neuen Raids geredet. Das finde ich echt interessant. Vor allem, weil ich ja alle Solo machen will. Und die vier Gehre, wenn es geht, zu zweit. Wie gesagt, Philipp momentan mein Partner. Mal schauen, vielleicht werde ich besseren. Sorry, Philipp. Ne, Spaß. Aber echt paar interessante Sachen dabei. Darüber reden wir noch mal genauer. Bisschen organisierter, bisschen strukturierter. Und auch so die Counter und sowas. Und welche Pokémon man am besten benutzen sollte. Ich habe schon kurz reingeschaut. Also zum Glück brauchen wir für die meisten Solo Raids keine neuen. Wie zum Beispiel halt gegen Pokemon die Machomais. Die haben wir eh schon. Gegen Sichlor Stein ist gut. Also Geowatz. Also da passt alles. Also die Woche demnächst auf jeden Fall ein paar 3er Solo Raids. Und vielleicht ein paar 4er 2er. Wie nennt man das? Duo Raids? Ja, Duo Raids. Guter Name. Und das war's von mir. Hat echt Spaß gemacht mit den Jungs mal wieder zu chillen. Hat mich auf andere Gedanken gebracht. Und wie immer liken, subscribe, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Und schreibt unten in die Kommentare was ihr von den neuen Raids haltet. Welche euch gefallen, welche ihr relativ sinnlos findet. Welche ihr gerne gesehen hättet. Vergesst nicht, Pokemon Zeus Business.